Hey Internet und YouTube! Hiho! Wir starten die Raketenanlage. Richtig, wir starten die Raketenanlage. Na, nein, nein. Das wäre gar nicht das, was wir tun. Aber das werden wir wahrscheinlich aus Versehen tun. Ja, ja. Gut, in Bangalore, Indien sind wir. Ah, ich habe einen indischen Freund gehabt. Ja, wie hieß er? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Aber nur einwerfen. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, was der Vor- und was der Nachname ist. Bam! Guck mal, wie ich... BAM! Hast du gesehen? Wieso warst du das? Naja, du hast rotes Licht. Echt? Oh, nicht töten? Oh, wir dürfen nicht töten? Was? Ähm, ich meine, das wollten wir ja natürlich tun. Das ist gegen meinen Kodex. Das wollten wir tun im letzten Part, Quantum. Haben wir versprochen, Henry. Wir sind jetzt da. Rücken vor. Verstanden. Eure Aufgabe besteht darin, die Vor- und Agenten zu finden und sie daran zu hindern, den Gefecht kommt. Die Vor- und Agenten. Ich kann auch nicht umschalten mit B, tödlich oder nicht tödlich. Also gibt es nur eine Möglichkeit. Unentdeckt bleiben kein Personal. Achso, Personal. Ach. Warte, ist das Personal da hinten? Jeder, der eine Mütze aufhört hat. Ziel ist neutralisiert. Was hast du da? Ist das eine andere Waffe? Was? What? Ähm. Was hast du da jetzt gemacht? Ich habe es nicht genau gesehen. Der hat gebrutzelt. Ja, also... War wahrscheinlich mit Glühwürmen. Ach, nicht tödlich frei von... Glühwürme? Was? Ja, du hast... Deine Waffe mit Glühwürmchen gelacht. Ja. Ja, die unterschätzen ja viele. Ja. So. Oh, nicht tödlich. Scheiße. Ähm. Ja, was passiert dann, wenn du nah dran bist? Geht dann nicht, oder wie? Ich weiß es nicht, kann ich die töten? Nimmst du den rechten? Ich nehme den rechten. Okay. 3, 2, 1, go! Hoffentlich. Ich konnte nicht schießen. Was? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber du hast... Du hast deine Verbundeten... Verbundeten... Verbündeten getötet. Was? Ich dachte, du hattest Glühwürmchen. Nein, irgendwie war das eine andere. Ich habe aus der Dinge gewechselt. Wie kann man denn zu der wechseln? Aber jetzt habe ich sie. Ich habe die normale F40, MPC Mainz. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Wie hast du gewechselt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, gee! Drück mal 4 oder sowas. Hast du die? Ah, auf 3! Auf 3! Oh, no! 3! 3! Hast du wieder die Stimme gehört? Die... Hör auf mit diesen... Tricks! Also auf jeden Fall auf 3, ne? Hier so. Ich kann nichts auf 3 machen, denn ich habe die Waffe nicht jetzt. Die Glühwürmchenwaffe habe ich nicht. Doch, doch, doch! Mach mal auf 3! Klick mal 3! Achso, 3! Zahlt 3! Ja! Ah! Nicht die Taste dran! Ah! Oh! Oh, hier kommt einer! Oh! Oh! Oh, hier hinten ist noch einer drin! Und... Brutzl! Wir haben nicht mehr viel! Au... Au... Au! Ist das nicht so ländlich? Nee! Lichter sollten wir auch ausmachen! Ops! Da ist jemand! Misstrauisch geworden! Die Musik ist cool! Oh! Die kommen! Die kommen! Die kommen! Die kommen! What? Wir haben beide daneben geschossen, ey! Ich dachte, ich hätte ihn jetzt zweimal... Was? Weiß ich nicht! Oh! Der kommt hier reingestimmt! Wer? Schüssel! Das kam von da! Oh! Hier raus! Ich komme nicht raus! Wir kommen beide nicht raus! Oh! Ha! 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 Hallo! Ja, da war... Da... Ich... Warst du geblendet von den Glühwürmchen? Ich... Ja! Nee, das war jetzt irgendein... Hast du mich die gehört, oder wie? Nee, die Maus und die Tastatur funktionierten gerade nicht! Ah! So vertauscht, ne? Hm... Ja! Kenn ich das Problem, dass ich plötzlich... Das war jetzt nicht mein Schau dran! Okay! Okay! Ganz easy! Hast du denn LAN-Kabel drinnen? Mein LAN... Nein! Aber ich hab auch... Aber ich hab auch... Diese Connection aufsetzen! Aber ich hab sonst auch nie mit LAN-Kabel aufgenommen! So! Hörst du mich? Ja! Ich bin hier gerade konzentriert! Achso! Okay! Vor mir steht nämlich im Böse... Oh, oh! Öftert ihr die Tür jetzt hier? Könntest du mir versichern, dass du mich hörst? Also... Ich höre dich! Alles ist in Ordnung! Ich werde gerade in... Nein! Passt! Passt schon! Oh, oh! Oh, kommt er her? Ja! Wo bist du? Oh! Hast du gesehen? Das war sexy! Das war Mund-zu-Knie-Beatmung! Das sind die Special-Tricks! Okay, holst du ihn? Mit tödlichem Sprung! Nee, ich kann... Kann gar nicht! Ich kann ihn nur betäuben mit dem Schuss! Mach mal! Ja, mach ich's halt mal! Jetzt stehen da noch rechts zwei, gell? Wenn du geradeaus gehst! Oh, jetzt sind sie verwundert! Oh, unter dir! Im Häuschen ist einer! Und da kommt noch einer! Der Schütze ist irgendwo da! Oh! Was? No! What? Wieso sehen die einen? Ich hab mich doch versteckt! Wenn wir Gegner ohne Augen haben... Ja bitte! Das... Wir spielen doch auf einfach! Da wollen wir auch Gegner ohne Augen! Ja, aber wirklich! Viel verlangt! Ja, da müssen wir uns wohl hier... Alles umprogrammieren, das Spiel! So! Ich kenn das Lied! Habe ich daneben? Ja ne... Noch einmal? Dreimal! Ja sicher! Ist du vielleicht zu weit weg? Achso, du hast ne... Jetzt sind wir schon weit gekommen! Okay, der kommt jetzt wieder hier raus! Zack! Oh! Yes! Oh, schabern! Oh, der hat ne Lampe! Was? Jaaaa, da war noch einer! Oh, scheiße! Okay! Ich würd sagen, jetzt konzentrieren wir uns! Ja, ich denke, aber jetzt haben wir doch... Ja! Sieben Minuten haben wir jetzt schon die ersten fünf Meter des Levels gesehen! Tja! Schon mehr als genug, ne? Schon mehr als genug! Wir wollen ja jetzt nicht durchrushen, ne? Wir wollen ja auch genießen! Na, natürlich! Wie wär's, wenn... Ich geh mal andere Seite! Ich hab die andere Seite... Hab ich die Schnauze verloren! Huja! Okay! Mit voller Konzentration jetzt! Hast du doch mit E? Ja! Okay! Woa! Ich höre wohl schon... Nein! Welche Schüsse? Das war nur Glück! Der Alarm wurde ausgelöst! Schick es uns ein Platz zu lösen! Okay! Wow! Okay! Der Konzentration wird wieder wütend! Ich muss meinen Schutz händen! Ich muss meinen Schutz händen! So! Alles gut! Alles klar! Ja, ja! Wir erklären das jetzt! Wir erklären! Pass auf! Ist auch easy! Vielleicht sollten wir auch unsere Extrawaffe aufpimpen! Pass auf! Hier unten links kommt jetzt einer, ne? Pass auf! Ich bin wieder die andere Seite! Okay! Ich will auf euch die andere... Nein! Ich hab die Schnauze von meiner Linken! Okay! Die Link ist eigentlich richtig einfach! Ja, aber ich gucke das Gefühl! Ich mag mir die Herausforderungen, dann kommt's direkt von mir! Eigentlich ist die große Kunst halt, ähm, nicht entdeckt werden! Doch! Ah doch! Okay! Zack! Okay! Hier muss man die Leichen wohl verstecken und nicht öffentlich liegen lassen, weil dann ist schon vorbei! Ja, die sind dann schon ein bisschen misstrauisch! Wenn einer tot herumliegt! Ja! Obwohl nicht tot! Könnte natürlich wieder ein Kamerafehler sein! Ah! Wer hat's entdeckt? Jemand hat geschrien Schütze! Ja, 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 ja! Der hat hier irgendwie was gesehen! Hier bei mir drüben! Wie viele sind jetzt noch? Drei, oder? Zwei in der Mitte! Einer rennt hinten rum! Ich seh! Was?! Wir haben den Alarm ausgelöst! Ich muss diese Mission leider beenden! Der kam von oben irgendwie so... Ich folg dir! Ich folg dir! Ich folg dir! Wir sollten das beide klären! Beide zusammen! Okay! Hast recht! Schau mich nicht so an! Ich hab doch... Ja! Mein Gott! Okay! Biam! Biam! Hier um die Ecke! Biam! Warte, ich wollte den erstmal links da töten! Da macht der kein Problem! Da kommt einer! Da kommt einer! Nicht drüber gehen! Nicht um die Ecke gehen! Ich wollte aber den hier unten töten! Ja, lass dich nicht aufhalten! Du darfst den nicht töten! Der ist weg! Der ist plötzlich nicht mehr da! Ja! Es ist keine Magic! Ja! Okay! Scheiße! Okay! Am Fenster steht einer, ne? Fenster? Vor mir lehnt einer hier in der Mülltonne! Also ich komm hier grad nicht weiter, weil der... Okay! Faul ist und über sein Leben nachdenkt! Ah! Dann bin ich nur hier! Ja! Bewegt... Jetzt bewegt dich doch! Okay! Er geht weg! Ziel ist neutralisiert! Ziel ist neutralisiert! Hast du gehört? Ja, ja! Alles ist sicher! Ja! Alles ist sicher! Ich liebe Neutralisierungen! Irgendjemand entdeckt mich? Nein! Wo bist du hin? Irgendjemand ist misstrauisch! Misstrauisch! Ja! Ja! What? Oh! Ich... Ähm... Ja! Ich wurde nicht entdeckt! Das war jetzt nur eine Übung? Ja! Für den richtigen Part! Genau! Wieder! Und wieder! Irgendwann werden sie uns das nicht mehr glauben! Das sind jetzt noch zwölf Minuten, in denen wir doch einmal ums Haus rumgekommen sind! Ja! Das Haus ist doch schon ziemlich schön eingerichtet! Mehr Schränke wären vielleicht von Vorteil, wo man sich verstecken könnte! Aber gut! Dann machen wir im nächsten Part weiter! Richtig! Ja! Puh! Seid gespannt, ey! Seid gespannt! Äh... Ich erst recht! Äh... Tschüss! 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 Tschüss!